herzlich willkommen zu einem neuen shop video eben gerade hat fortnite einfach zehn minuten gebraucht um zu starten ich weiß was zurzeit mit den mit dem start von fortnite der man los ist es braucht teilweise unglaublich lange bis es startet weil es irgendwie als hintergrund prozess läuft und dann nicht richtig irgendwie startet keine ahnung was da los ist nervt aber auf jeden fall extrem ich hoffe sie beheben dass man ein bisschen in 10.4 wo dann ja auch was gestern als neuigkeit reingekommen ist werden dort mit skill basiertes matchmaking reingebracht das heißt wenn man gut ist viele kels hat den runden dass man auch gegen gegner spielt die so ähnlich eben halt sind und ja das finde ich immer ziemlich nice zusätzlich soll eben halt noch in der nächsten season die fortnite um bots erweitert werden was auch nicht cool ist dass man dann prinzip auch ein paar richtig schlechte gegner standardmäßig drin hat finde ich auf jeden fall ganz cool ja jetzt schauen wir uns den item shop an wir haben heute die pest charakter hier wieder aus die bitteren medizin charakter sieht ziemlich cool aus auch hinten gefällt mir auf jeden fall und kann man sich definitiv kaufen die weibliche variante finde ich etwas besser dann dazu den hier rollstab der reaktiv ist wahrscheinlich hier dass diese grüne substanz der drin ist leuchtet vielleicht mehr wenn man länger überlebt oder whatever weiß ich nicht genau steht nicht genau dabei dann gibt es den lampenlicht gleiter ich finde das hätte auch um 500 wie box leiter sein können allerdings gerade jetzt hier zum batman thema passt natürlich ziemlich ziemlich gut als nächstes haben wir den pizza und pijama charakter hinten mit dem mit der käse ecke die man auch im prinzip ohne diese gelten goldene glasur nehmen kann es genannt sich sieht eigentlich recht nice aus kann man sich definitiv kaufen dazu passen gibt es die pizza schlitzer auch eine nice spitzhacke und den pizza party im mode einfach vollkommen sma mit dem ganzen schmerz sound weil sie absolut absoluter abfug finden muss man sich die entsprechend definitiv nicht kaufen aber den rex charakter ist finde ich ziemlich teuer also ein goldener skin dafür weiß ich nicht so recht allerdings wieder trotzdem als nice aus genau so dino kommando wobei ich die roten dieser rote dino frau lieber mag auch mit den hörnern gefällt mir so viel von jahr als der mann als wenn ich variante hat dazu passen gibt es kräftiger bis spitzhacke finde ich zu teuer und den pterodactylos ist insgesamt ziemlich ziemlich teures ist damals war es ja auch so dass wir im prinzip heute wäre es so dass man epischen skin bekommt der früher als liegen der raskin eingestuft wurde haben genau sie muss haben die alles im prinzip günstiger gemacht weniger im schimmer mehr blau im wo sie trotzdem nice sind allerdings jeder gleiter ja da finde ich ist der preis rechtfertigt bei den anderen für nichts im generellen etwas zu teuer habe das catwomen outfit wieder hier mit und ohne brille hinten mit dem mit dem katzen immer der klunker katze dazu passen katzen krallen dem bett gleiter im peitschen knall im mode dann im berg signal und als letztes noch den maskierten recher musik wird jetzt nicht nur mal abspielen als nächster den schließchlag charakter sieht ziemlich ziemlich cool aus wie ich finde kann man sich definitiv kaufen finde ich deutlich besser als die männliche variante wird hier als skin reingekommen das season 7 wäre das auf jeden fall super nice gewesen aber ich meine der männliche skin ist ja auch in ordnung aber auch ansteckend ist ein ganz nice remote dann aber träumer füße das ist auch ein nice mode dann haben wir die pümpelhacke hat definitiv einen ganz heißen sound und die prisma rand lackierung finde ich auch eine ziemlich ziemlich coole lackierung hier mit den effekten der regenbogen effekte sieht ziemlich ziemlich nice aus kann sich definitiv kaufen als selbst haben noch den schneid charakter auch ein grün aus kind kann man sich definitiv kaufen das ist dann mit dem shop video hier hinten kann und kann man immer noch das batman der maskierten recher paket kaufen wird wahrscheinlich in acht tagen oder so in die kooperationen ende draus genommen werden das war es jetzt wirklich mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten video ciao